Mit der Frage Nummer 11. Bitte nehmen Sie unsere Plätze wieder ein. Tom setzt sich hin. Frage Nummer 11. Frage Nummer 11. Was ist Sandy Meyer Wöln jetzt gerne in München? Sie ist ja jetzt wieder in München, hat heute bei Exklusiv gesagt, sie ist jetzt wieder hier und ist gerne... Das wird jetzt auch wieder etwas dicker, weil sie das ständig ist. Was ist Sandy Meyer Wöln gerne in München? Eine Minute. Ganz schön schwer heute. Ja, aber so ist es. Es gibt immer die Unterwäsche zu gewinnen, weil ich euch versuche, eine Minute.